Mann, oh Mann, Freunde, wisst ihr noch, wieso wir hier sind? Ja. Wir wollen den Fluch nur verbannen. Zurück in sein Grab, wo wir ihn herhaben. Und jetzt sind wir Anführer einer Bruderschaft geworden. Irgendetwas stimmt doch hier nicht. Irgendetwas stimmt doch hier gewaltig nicht. Macht ein Ufo in einen Tempel? Ich weiß es nicht. Hä? Ich drücke einfach das, was aufleuchtet. Das macht irgendwelche Geräusche und so. Das scheint recht Spaß zu machen. Jo, 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 jo. Wow, ich dachte, ich hab grad verkackt. Was hab ich denn da angerichtet? Krass. Wir haben ein Loch in die Wand geschossen. Und wahrscheinlich werden wir jetzt das Alien treffen. Was hinter all dem steckt. Ähm. Da ist ein Loch in der Wand. Ich find's hier unheimlich. Ein Loch in der Wand. Warum ausgerechnet da? Weil da kann ich von hier nicht allzu viel erkennen. Ja. Äh. Steinquadrat. Die hängt nicht ohne Grund da oben. Steinbrücke. Hm. Eine Steinbrücke. Wahrscheinlich soll die kaputt... Wow. Hier geht's wieder raus. Äh. Kann ich da irgendwas machen? Gut. Anscheinend nicht. Hat sich hier etwas getan. Kann ich hier noch woanders hin? Ähm. Ne. Anscheinend nicht. Okay. Doch. Ich kann hier noch was machen. Hab ich grad gesehen. Ähm. Ich hab den Raum einfach nur verwechselt. Und zwar haben wir hier noch ein Seil. Und Samoran hat ja gesagt, wir können von... Also er kann von hier aus nichts sehen. Bedeutet. Wie wär's, wenn wir einfach ein Stück höher gehen? Das geht nicht. Warum geht dat nicht? Ähm. Benutze zunächst das Seil mit dem Korb. Wo ist da ein Korb? Korb. Ich hab keinen Korb. Hä? Ich hab keinen Korb! Ich hab tatsächlich keinen Korb. Das ist unglaublich. Äh. Wo krieg ich da jetzt einen Korb her? Ja geil. Jetzt kann ich erstmal nachgucken, wo ich jetzt einen Korb herbekomme. Gut. Äh. Äh. Suche. Korb. Findet nichts. Okay. Eine Seite zurück. Suche. Korb. Findet nichts. Naja. Geil. Hier. Letzte Seite. Suche. Korb. Findet was. Okay. Hier in diesem Raum muss irgendwo ein Korb liegen. Oh. Ganz im Ernst. Ich bin verdammt blind. Ich bin sowas von blind, dass es... Unglaublich so, dass es Zeit liegt im Korb. Das erinnert mich an eine alte... Äh. Vakiri in Indien. Mhm. Na dann. Mal probieren. Äh. Klingt nicht beso... Klingt nicht besonders. Okay. Hä? Hä? Eigentlich muss was geschehen. Klein noch halt in den Korb. Ja. Mal probieren. Warum jetzt nichts geschieht, wäre interessant zu wissen. Oder soll ich das so machen? Zeichnungen. Ähm. Zeichnungen. Das sieht fast aus wie eine technische Zeichnung. Ob hier irgendeine Maschine ist? Ich verstehe. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ähm, was soll ich denn machen? Äh, irgendwas stimmt da nicht. Unglaublich. Ich will doch nur weiterkommen, das ist unglaublich, dass ich einfach nicht weiterkomme, dass ich keine Chance habe, irgendwie weiterzukommen. Immer hänge ich irgendwo. Oder muss ich da, wahrscheinlich muss ich da auch die Flöte, weil da, äh, da, 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 Getriebeöl... Der Einlochbohrer... Ah. Cool. Wir können Flöte spielen. Toller Sound. Jo, 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 jo. Hätte ich gar nicht weggehen müssen. Hätten wir auch so hingekriegt. Aber ich dachte halt, ne? Gut. Rein da. Jo, jo, dann würde ich mal sagen, endlich können wir. Ich weiß auch nicht, warum wir das Gebiss im Inventar haben, aber scheiß mal drauf. So. Jetzt dürft's klappen. Aber ihr müsst schon zugeben, die Rätseln ins Spiel, die sind, äh, irgendwie schon verwirrend. Allein schon, allein schon, allein schon, was wir jetzt machen müssen, ist ein bisschen verwirrend. Hurra, ich wusste, die Reise nach Indien war nicht umsonst. Eine perfekte Leiter. Gut, und, äh, ja. Wie zur Hölle soll man draufkommen? Hoffentlich hält das Seil. Ja, genau. Wie zur Hölle soll man draufkommen, dass man den Sand da oben hin leeren muss? Nimm dies. Mal sehen, was jetzt passiert ist. Da bin ich auch gespannt. Das hat echt irgendein Geräusch gemacht. Also, vielleicht hat der Sand... Aber trotzdem. Okay, es macht kein Wrumms mehr. Warte mal. Es gibt in späteren Mohun-Teilen ein Alien, das genau so aussieht. Äh, wenn die auch aus purem Gold wären, würde ich das eine Menge Probleme für mich lösen. Krass. Gut. Äh, bin ich richtig? Der Fluch in Lebensgröße? Was für ein Angeber. Interessant. Das ist die Statue des Fluchs. Da kann es nur zur Kammer des Fluchs gehen. Die, äh, Statuen sind ein eindeutiges Zeichen dafür. Okay. Aber wir kommen ja nicht hinter die Gitterstäbe. Und ich bin echt gespannt, wie lang ist denn jetzt der Pant? Ist der Pant 15 Minuten? Dann packe ich das Finale in den nächsten. Jetzt haben wir ja schon viel rumgerätselt. Weil Credits folgen auch noch. Hm. Yo. Na dann. Fünf Hebel. Eins. Ein merkwürdiges Instrument, ja. Du sollst den Hebel betätigen. Zwei. Drei. Vier und fünf, ne? Du sollst das richtig sehen. Hab ich das jetzt alles? Ich dürfte. Warte mal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Der hier. Und dann. Der hier. Oder was? Mit welchen? Teleportiere ich mich nochmal? Hallo? Wo muss ich die jetzt wieder richtig hinpacken? Eins. Zwei. Oder den da? Ich hab mich da auf jeden Fall teleportiert, als ich den Hebel gedrückt hab. Aber eben nicht dahin, wo ich hin wollte. Jetzt. Nope. Äh. Wie soll denn das denn letztendlich aussehen? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ich verlasse das nochmal. Vielleicht wird das dann zurückgedreht, das Rätsel. Und natürlich liegt jemand aufs Tod da. Okay. Ein merkwürdiges Instrument. Ja, das ist schön. Ich würde sagen, eins. Zwei. Komm. Drei. Drei. Vier. Fünf. Den wasch den da nicht. Der muss runter. Der muss... Vielleicht auch runter. Und die... Vielleicht müssen die alle nach unten zeigen. Ich weiß es ja nicht. Aber jetzt schaut der ja nicht nach unten, oder? Hm. Versuchen was. Bei dem bin ich mir halt nicht sicher. Und wenn ich den hier nochmal betätige... Vielleicht unterbricht der Teleporten. Scheint nicht. Wenn ich die jetzt nochmal umstelle. So. Ui. Wipps. Wenn ich den umstelle. Geil. Wie kann man so verkacken? Kann ich mir hier vielleicht ansehen, wie die aussehen sollen? Nein. Ja, egal. Der Part ist eh fast zu Ende. Ich würde sagen, im nächsten Part... Sehen wir das Finale von Mohun, der Fluch des Goldes. Mann, oh Mann, bin ich froh, dass das Spiel dann endlich vorbei ist. Na gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ja, ich würde ja gleich ansehen. Vielen Dank.